Guten Morgen! Meine Aufgabe heute besteht darin, zu schauen, ob das Wasser warm genug ist. Barbara möchte schwimmen gehen heute Vormittag. Gehen wir mal schauen. Ja, 25 Grad ungefähr. Müsste langen. Kommt her, geht baden. Ich trinke jetzt erst mal meinen Eiskaffee. Könnt ja dranbleiben. Deine Video kostet. Musik 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 Es ist ein schlechter Tag. Es ist ein schlechtes Tag. Der ist ein schlechtes Tag. Es ist ein Gott, Herr. Das ist nicht ein Tag. So, ich hoffe es hat euch gefallen, die kleinen Eindrücke vom Strand hier. Ich muss jetzt weiter, ich treffe in einer Stunde einen Freund. Mit dem gehe ich den Hidden Canyon nochmal ab, da war ich ja schon. Da nehme ich euch gerne mit, das seht ihr dann das nächste Mal. Für heute wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, über den Daumen hoch würde ich mich riesig freuen. Abo wäre natürlich ganz toll. Bleibt gesund, ich hoffe wir sehen uns bald hier auf Barley. Tschüss!